Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Ja, wir müssen zur Unterkunft, weil wir brauchen auch diese Annibe-Schlafzüge, wir müssen und wir müssen mal runter, zum Dings. T-Haus gehört uns, ja? Die sind hinterm Haus. So ein Stück zurück, ein Stück zurück. Lass uns über den Seiteneingang rein ins T-Haus. Ich muss jetzt mal ruhig auf die andere Seite vom T-Haus und versuche da den Gang runter zu kommen. Gute Idee. Red, Red, Red! Rot! Hier ist Rot! Hast du ihn geschmissen? Ja, den Scheiß schmeißen! Was? Kein Scheiß schmeißen! Red! T-Haus gehört uns? Komplett! T-Haus gehört uns? Komplett! Sehr schön! G-Richtung Aula! Red, Red, Red! Ist der Keller safe? Zwei von uns sind noch davor gekommen. Sehr schön, sehr schön! Sehr schön, sehr schön! Sehr schön, sehr schön! Und hier kommt es zum Hinterausjank. Also vorne ist auch ein paar Kornner. Also das weiß ich nicht. Hier ist ein Ausjank. Wir können ja hier mal kurz die Riechkolben raushalten. Scheiße, das Autofrack haben sie hier weg genommen, wo die Tonne steht. Da war nämlich das Autofrack. War eine geile Deckung. Da sind ja die an den Wachbaraden geworden. Wie bei uns sind unser? Red! Red ist hier unten, ja! Pass auf, die haben gerade ein bisschen gerade ausgeschossen. Da haben sie gerade wieder zugeschossen. Ich sehe gar nichts. Ich sehe auch nicht, deswegen. Deswegen halte ich mein Foto nicht aus. Da geht es nochmal hoch. Ja, rot, rot, rot. Da sind so ein Team auf der Tür. Schöner Ding. Hattet ihr in die Richtung geschossen? Nee, gerade nicht. Nee, aber kurz fragen, was ihr jetzt vorhin habt? Wir wollten einfach nur checken mal hier, weil es hält. Das Haus ist gerade gehalten von zwei Runden. Von uns allen, also von Rot. Rot. Rauskehaus, sie hat uns. Da haben unsere Leute gerade überraschend meine Ecke gemacht. Okay, okay. Wir haben quasi drei Punkte. Welches ist jetzt? Das ist der Luftschrank. Äh, nicht der Luftschrank. Ja, irgendein Angriff. Nein. Wir haben drei Punkte. Das, das und die vier. Sehr schön, sehr schön. Sind wir richtig gut im Game? Ja. Sind wir richtig gut im Game? Sehr geil. Ja, wir haben ein paar Mal zusammengeschmissen, in drei Jahren spielen. Äh, nur aus vier. Lass sie da drin verschmoren. Wenn wir die drei Punkte haben, ist das eh verstanden. Dann müssen wir aber regelmäßig mal kontrollieren gehen. Wenn ihr das haltet, dann gehen wir mal regelmäßig kontrollieren und berichten. Machen Bericht an. Das ist ja leicht zu erkennen, ja. Ja, klar. Dann machen wir eben ein bisschen Wechsel, gucken, stecken die Klage allgemein ab und berichten. Und verschieben dann immer die Platz. Ja, alles klar. Aber wir halten jetzt, wir halten jetzt aktuell drei Punkte, ne? Ja, genau. Das ist ja viel versprochen. Haben wir, ganz kurz, haben wir da ganz hinten am äußersten Punkt, den wir als erstes genommen haben, haben wir da überhaupt Leute stehen, oder? Haben wir jetzt nicht mehr geguckt. Wir bewegen uns, wir bewegen uns von Timer zu Timer, aber die sicher bleiben und berichten immer von den Leuten. Achso, Dennis, gut. Ja, bei der ganzen Timer, den haben wir ja alle von abgezogen und hier rüber, deswegen. Ja, danke. Gut. Wir müssen bloß die Stellung erstmal halten. Wir müssen jetzt mit der Stellung hier ein bisschen halten im Keller. Wir sind jetzt los gerade. Wir müssen jetzt mit der Stellung hier ein bisschen halten im Keller. Wir sind jetzt los gerade. und wir sichern den Keller hier im hinteren Bereich. Wir müssen also mit der Stellung hier ein bisschenezogen werden. Wir müssen jetzt mit der Stellung hier ein bisschen halten und gleich bleiben,